Musik Mit Beginn der großen Ferien gibt es auf der Stadtwaldwiese das Spiel ohne Ranzen. Wir besuchen den Zirkus Renz. Musik Und ich hoffe, dass Sie einmal durch den Artistin einen Ausgang einigen werden. Dankeschön. Geht das nicht immer, ich laute! Und ihr erlebt heute in der Manege drei Generationen der Familie Renz. Manege frei, das Spiel beginnt. Wir fangen an mit unserer Künstlerin Laura Lorraine. Musik Als erstes sehen wir Laura Lorraine auf dem Drahtseil. Applaus Musik Es folgt die Pferdedressur Maxi und Mini. Oh, der Kleine läuft da drunter. Ja, ja, ja. Die Clown-Nummer begeistert das Publikum. Was heißt denn mit Neid? Ausmachen! Lass Radio aus! Der hört nicht, aber der will nicht hören, das weiß ich. Dann mach ich es eben. Und aus und vorbei. Sag mal, du Naseweiß. Wer bist du denn? Clown-Muck! Der Clown-Muck ist das! Ja! Das macht mich! Die kriege ich. Die haben kurze Weile. Jetzt komme ich! Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Es folgt eine Hundedressur. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier zeigen Ziegen ihre Kletterkünste. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Hier sehen wir einen Profi mit den Hula Hoop Reifen. Eine wunderschöne Zirkusvorstellung geht zu Ende.